So einfach hast du deine Füge noch nie gereignet. Unglaublich Ergebnis. Egal wie oft du deine Boden wischst, die Füge werden meist nicht wirklich sauber. Es gibt doch einen genialen Trick, wie du deine Füge mit einem Ausmittel richtig schon und schnell sauber bekommst. Ich habe hier einen Schmutzradierer. Diesen musst du nur noch nass machen und damit deine Füge reiben. Schon nach kurzer Zeit merkst du sofort in Sekunden, dass die Füge wieder richtig sauber werden. Danach nochmal trocken wischen und schon glänzen die Füge wieder wie neu. Probiere es unbedingt diesen genialen Trick einmal bei dir aus. Es wird dir helfen und du wirst begeistert sein.